Huch, was ist denn das? Mag sich der ein oder andere bei den Bildern der Künstlerin Monika Carvalho denken. Monika kommt aus Berlin und liebt es, surreale Fotomanipulationen zu kreieren, wie sie online schreibt. Dabei kombiniert sie mithilfe von Photoshop verschiedene Fotos miteinander und lässt neue, kreative Kunstwerke entstehen. Hier ihre schönsten Bilder. Untertitelung. BR 2018 BR 2018